Was ist das denn unten immer mit den Millimeter? Nein, mir geht's gut. Die Lehrerin hat mich ausgeschöpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Es tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Oh, Sean. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Oh. Cool, Sean hat Spaß. Das geht bestimmt schief. Ich kenne noch Ethan. Oh, das ist schön, dass Sean lachen kann. Okay. Es macht ihm wohl Spass, so ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich finde etwas anderes für uns beide. Vielleicht hat er Lust zu schaukeln? Wir gehen erst mal zu dem Drehkarussell. Ja, Spann, komm mit! Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Oh je, Schulterschmerzen. Los, so schnell wie du kannst! Schneller! Schneller! Na los! Schneller, schneller! Der Ethan guckt schon so viel. Oh mein Gott! Jetzt ist wir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Es macht ihm wohl Spass. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Er hatte einen Bumerang in der Tasche. Ich konnte früher ganz gut damit umgehen. Okay. Wir gehen erst mal zur Schaukel und dann gehen wir zum Bumerang, wenn wir noch... Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Belastest du dich falsch auf Arbeit, Sina? Hast du dadurch Probleme bekommen? Oh, ich muss wieder hier. Du schufst dich ja gar nicht an. Ich muss ganz schnell nach unten machen. Verstanden? Welcome back, Susi! Okay. Scha! Ich fühl mich echt blöd, den Controller so bewegen zu müssen. Aber Sean lacht. Das ist das, was zählt. Das war cool. So, und jetzt noch Bumerang. Nein, nicht gehen. Nein, ich kann den Rucksack nicht nehmen. Okay, wir sollten gehen. Es geht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Okay. Weißt du, ich hab das wirklich nicht so gemeint. Ich war nur sauer. Ich war nichts erne zu dir. Du hattest recht, sauer zu sein. Boah, das ist voll schön, dass Sean sich bei seinem Papa entschuldigt. Na. Also ich weiß auch noch, wo ich angefangen hab, im Büro zu arbeiten, war ich auch mega verkrampft im Oberkörper. weil ich nicht die perfekte Sitzposition hatte, quasi. Was ich denn überhaupt... Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar, such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Ähm, wir waren zwischendurch ein FBI-Agent und haben einen neuen Toten gefunden vom Origami-Killer. Und haben da dann das so erforscht. Und jetzt sind wir wieder mit Ethan hier und Sean. Also ich glaub, du hast nicht so viel verpasst, Susi. Tatsächlich. Achso, und wir waren mit Ethan beim... äh, der Psychotherapie. Und da kam raus, dass er nach diesem Unfall, wo Jason gestorben ist, sechs Monate im Koma lag. Der hat immer so komische Blackouts. Oh Gott. Oh Gott. Anscheinend, sag doch was. Das sind mal Korn-Avink, links, 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 links... Also ich weiß noch nicht so ganz, was das hier mit seinen Flashbacks soll. Jetzt sind wir auf dem Spielplatz, wo wir ja gerade waren. Und er ist jetzt irgendwie wie so in einer Parallelwelt. Aber nach Sean dürfte nichts mehr kommen. Ich glaube, der hat einfach extreme Verlustängste jetzt. Weil der hat beim Psychotherapeuten auch gesagt, dass er nicht gut genug als Vater ist für Sean. Dass er schuld ist. Jetzt hat er wieder diese Origami-Figuren daheim. Sean! Sean, das Schaf. Ich hatte erst schon die Befürchtung, dass Ethan der Origami-Killer ist, wenn er in seiner Parallelwelt ist. Weil er es nicht... Es ist wie Schlafwandeln oder so. Was? Mörder. So, jetzt sind wir wieder der... Wie hieß der vom FBI? Norman... Irgendwas. Ich wüsste mal nicht, was mir das sagen soll mit dem... Sie haben einen neuen Bonus freigeschalten. Ich kann mal im Nachhinein die Szenen nochmal alle spielen. 33,68 Millimeter. Wo steht das denn? Ist das die Größe der Origami-Figur? Irgendwie... Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Jetzt erst mal meine krasse Brille auf. Boah, das ist ja cool. Ich muss wieder... Puff. Okay, das sieht natürlich für die anderen sehr komisch aus. So einen Handschuh möchte ich auch. 100 Zeitvertreib. Ja, dieser Norman, der hat so eine... Spezialbrille. Damit kann er auch am Tatort so Indizien finden. Was haben wir erst rausgefunden? Aber ich meine, Sina ist ja nun schon bei der Physiotherapie, oder? Oh, ich habe vergessen, dass ich... Ja, dem war langweilig. Ich glaube, der kann nicht warten. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch, das passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Uh! Das ist mir ganz schön nah. Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut schlafen. Können Sie eine... eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killerfall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Plumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Pressewind davon. Und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Werden dem eine Krawatte gebunden hat? Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Ist das zu eng? Nicht schlecht. Okay. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Wir haben ja alle so lustige Umhänge an, die Polizisten. Guck mich mal ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja was zu entdecken. Okay, weiter nach links kann ich nicht. Wer hat Instagram? Ich habe Instagram. Das ist bestimmt mein Büro. Ich muss mal auf Toilette auf. Was muss, das muss. Das sind menschliche Bedürfnisse. Die müssen hier auch befriedigt werden. Wenn ich jetzt nochmal den Pfeil mache, dann macht der ja nochmal. Lass aber bitte Hände waschen. Lass Hände waschen. Typische Toilette, wo es nichts gibt, um die Hände abzutrocknen. Sowas liebe ich ja. Ja, Komma Hans ist das bei mir. Ihr könnt übrigens euch alle noch euer Taschendeld abholen. Ich gehe mal mein Büro abholen. Ja, also, ja, also. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Nutellen. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und das kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Na gut. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Oh, die Frisur von ihr, ne? Oh, ist das jetzt... Jetzt gehe ich mit ihr hier die Schlängel... Dann gehen wir hier durch. Ich sag doch, das ist mein Büro. Au. Schick. Das ist ja wie in so einem Verhörraum. Also, schön ist anders. Das ist ja wie in so einem Verhörraum. Dann kann ich mal das Wasser nehmen. Okay, ich kann nur das Telefon... Dann arbeiten wir mal. Man sieht, wie alt dieses Spiel ist. An der Wand hängt eine Warnung, wie man verdächtige Briefe erkennt. Das gibt es heutzutage ja nicht mehr. Jetzt geht es ja alles über E-Mail. Auf den Stuhl hätte ich mich jetzt auch vielleicht nicht gesetzt. Schön ist anders, ja. Schritt 1. Das Büro wechseln. Ach, er macht es sich jetzt einfach fake schön. Wie cool ist das denn? Gucken wir uns jetzt mal alles an. Das sieht schon irgendwie lustig aus. Ich glaube, das gefällt mir bis jetzt am besten. Das hatten wir noch nicht. Sieht aus wie Weltall. Ich möchte das hier. Ich möchte das hier. Oh, was ist das? Ich muss mich selber mal wegschieben. Hinweise. Oh, ist das jetzt gerade... Kann ich da sein? Äh... Ähm... Wird ein bisschen dunkel bei mir draußen. Der Wagen des Mörders? Das sind jetzt alles die Hinweise, die wir vorhin gefunden haben. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hm. Hilft nicht gerade viel. Hilft überhaupt was? Irgendwelche Reifespuren? Kekela fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Die Orchidee könnten wir nochmal Geoanalyse machen. Vielleicht sagt uns das, wie die her ist. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Und hier haben wir noch Geo-Analyse machen. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Ich glaube, das ist unser Anhaltspunkt. Okay. Alle entfernen. Akten haben wir auch noch. Oh, dieses Öffnen. Öffnen. Nein. Öffnen, habe ich gesagt. Ich muss doch nach oben. Oh, Gott. Die Opfer in den letzten drei Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen neun und dreizehn. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach drei bis fünf Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Boah, ich verbrüch' man ja übelst viel Zeit damit, das hier zu analysieren. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als sechs Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3.500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Der Killer ist weiß. Zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entgegen. Woher weißt du denn, dass er weiß ist? Die DNA? Ein organisierter Typ fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Ja. Ja. Ach so, das hatten wir doch schon. Die Umgebung hatten wir schon weg. So, wir haben jetzt die ganzen Indizien. Die haben jetzt gerade analysiert. Hat ein bisschen viel Input auch tatsächlich. Die haben irgendwie alle ein kleines Problem. Und er hat immer so Konzentrationsschwierigkeiten. Zitteranfälle. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst unwichtig. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Das ist das Gesicht waschen, hast du gesagt. Wir nehmen irgendeine Droge. Ich werde gleich mal das Licht hier anmachen. Das ist das Gesicht. Das ist das Gesicht. Jolene? Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas, erzählen Sie ihm, was passiert ist, es war heute nachmittag, ich ging in den trakten, wir haben ein wenig zusammen gespielt, dann wollte er auf das Karussell, also setzt ihn auf eines der Holzpferden und als ich mich umdrehte, schon verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park, überlegen Sie genau, Mr. Maas, jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr. What? Das weiß ich nicht mehr. 16.15 Uhr. Ja genau, ich bin sicher, ich habe auf die Uhr im Park geschaut, als ich ankam. Und was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Ich. In beige. Und eine Hose. Äh, schwarz? In schwarz. Sie konnte schon verschwinden, ohne dass Sie es merken. Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Ich, ich erinnere mich nicht genau, es ging alles viel zu schnell. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben, glauben Sie der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch vier Tage, um Ihn Leben zu finden. Gut. Oh, ich weiß das, was Sie sehen. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß sie nicht nur, aber Sie suchen die ganze Nacht. Ich weiß es nicht nur, was Sie erfahren haben. Ich weiß es nicht, wie Sie sehen. Ich weiß es nicht, aber Sie suchen die ganze Nacht. Das ist schon bitter, ne? Zweite Kind jetzt. Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ich vermisse ihn. Jetzt spielen wir so ein bisschen gegen die Zeit, ne? Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn.